60 Sekunden Sachen abrufieren von einem Minischwein 1 und zwar nach den einfachen Regeln ist kein zwingender Abstand erforderlich einfach nur dass er sich überhaupt bewegt das in den Mund nimmt und zurückbringt eine Körperlänge 3 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 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 Komm, 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 komm. Nein. Bring her, Mumie. Ups. Oh, oh. Der Letzte ist jetzt sehr schwer. Nein, komm, schnell, Mumie. Komm. Den schafft er gerade noch so. Zehn. Und bring her, Mumie. Komm. Ah. Komm her, Mumie. Ah. Komm hier. Elf. Elf Stück. Gerade so ein Rekord geworden in der Seniorenklasse. Elf Bällchen in 60 Sekunden hat der alte Moritz apportiert. Und Senior. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.